Schockmoment für Bayerns Kingsley Coman. Der Franzose hat sich im Training verletzt und musste vom Platz getragen werden. Ursache war ein Zweikampf mit Rabi Martinez. Ob Coman am Freitag im Pokalspiel bei Regionalligist Carl Zeiss Jena dabei sein kann, ist fraglich. Trainer Carlo Ancelotti muss in Jena bereits auf die Verletzten Arjen Robben, Jérôme Boateng, Douglas Costa und Renato Sanchez verzichten.